Hey Leute, na, willkommen zurück, ich hab hier das hier so eingestellt, ja hier bei Dragon Ball Z, ne, dass ich zwei Heiler habe, einer so heiler Kämpfer und einer so zum Mithelfen kämpfen und hier Nagkampf und so ein Zeug. Hab's grad versucht, hab voll verkackt, ne, eigentlich nicht voll verkackt, ich hab erstmal herausgefunden, dass man die Samenmännchen wirklich alle besiegen kann. Und ich hab fast gewonnen, aber dann zum Schluss, es liegt halt immer an der KI, weil die KI, die beleben mich einfach nie wieder, aber sich gegenseitig immer wieder. Beziehungsweise dann zum Schluss auch sich selbst nicht, obwohl die dann einfach nur doof rumstehen, fliegen, rumscheißen, ja der ähnliche hat sich ja an so einem Berg hingehockt und hat dann so einen Scheiß da rausgedrückt aus seinem Arsch. Ne, ne man, ist nicht cool, macht keinen Spaß, macht einfach keinen Spaß, wenn ich, ich, ich will, ich hab, also ich hab keinen Bock, äh, so, so in der Online-Lobby halt die ganze Zeit zu warten, ich würd's ja auch online machen, aber, ähm, na gut, ich kann gucken, ähm, wenn ich das nächste Mal dran bin, ob ich das dann irgendwie so machen kann, dass ich genau dann, äh, aufnehme, wenn ich die Mission auswähle und, ach na, keine Ahnung, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall macht das Spiel bei so einem Schwierigkeitsgrad, bei, bei vier ist es noch so ein bisschen okay, aber bei fünf Sterne, ja gut, viele Missionen sind auch bei vier Sternen schon einfach nur krank und, und vier und fünf Sterne macht einfach kaum Spaß, weil die KI total scheiße ist, da muss man schon online spielen, also, ne, ist nicht cool. So, ich versuch's nochmal, ich konzentriere mich als allererstes auf die ganzen Pflanzenmänner, so, irgendwie schaffe ich jetzt schon, irgendwie. Irgendwie kann ich schon gewinnen. Trag mich nicht wie, aber irgendwie. So, zack, nein, die halten aber so viel aus, die scheiß, kack, pflanzen, scheiß, kack, pflanzen, scheißer. Machen wir richtig sauer. So, und der nächste, zack, er lebt immer noch. So wie es aussieht, sterbe ich gleich schon, was ich gar nicht gut finde, dass ich so schnell schon sterbe. Vor allem, weil ich davor richtig lange durchgehalten habe. Kann mich nicht irgendwie jemand heilen. Hallo, ich stehe hier doch rum. Mann, alter, echter Spieler, der hat schon längst zu mir geguckt und hat versucht, mich zu heilen. Aber hier, nö, nö. Ja, ja, danke, Gohan. Schön, Gohan. Und ja, so muss halt sein. Genauso will ich getan. Und dann sterbe ich trotzdem ganz schnell. Darum bin ich überhaupt in Brollis Visier. Ich mach gar nichts mit denen. Die anderen, die ärgern ihn immer. Nein, was mach ich denn da? Das war jetzt scheiße. Ah, 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 ah. So, jetzt wirkt meine Sensubohne. Zack. Die mir jetzt irgendwie gar nichts gebracht hat. Ich hab jetzt echt die Sensubohne, die war jetzt überflüssig. Also, wenn, wenn die für sowas verschwendet wird, dann kann ich so gleich weglassen. Aber es ist halt kacke, dass Brolly mich die ganze Zeit verfolgt. Im Kampf davor, den ich dann trotzdem ganz zum Schluss verkackt habe, äh, da hat Brolly zumindest mich nicht verfolgt, alter. Das ist richtig scheiße, weil ich hab gar keine Chance. Da, alter, na klar, ich teleportier mich ran und werd gleich wieder weggeballert. Stirb, du alle Pussy. Stirb einfach. Stirb und geh kacken. Vor allem die KI ist auch viel zu doof zum Scheißen. Ganz ehrlich, ey. Ne, Moment mal, ich hab vorhin erzählt, dass er einfach geschissen hat. Hm, das geht so nicht. Ne, aber ihr wisst, was ich meine und ihr habt es auch schon oft genug jetzt erlebt in diesem Netzplay. Hm, Mann. Scheiß Brolly. Scheiß schwere Mission hier. Oh, Mann. Baum, 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 alle prügeln sich auf mich ein. Na gut, das war im Kampf davor schlimmer. Da wurde ich, glaube ich, 10, 20 Mal von zwei Samenmännchen immer zusammen angegriffen. Das war richtig scheiße. Aber jetzt kann ich auch nichts machen. Ich komm auch nicht weg hier. So, Pflanzenmann. Was wackelt da so rum, Alter, ey. Das ist ekelhaft mit diesen Pflanzenmännern. Da haben wir scheiß Brolly. Der lässt mich ja auch nicht machen. Ich komm, ich hab keine Chance. Nein, Brolly will ich jetzt nicht bekämpfen. Ich will jetzt dahin, so. Weil die Idee war nicht schlecht, aber die Umsetzung, die hat dann irgendwie doch nicht so funktioniert, wie sie sollte. Wo ist Brolly, da ist Brolly. Komm, Brolly, ist mir in Ruhe. Ich bin jetzt nicht mehr dein Gegner. Das ist mir in Ruhe. Ja, danke. Danke für die Heilung. Das ist schön. Ich muss mal gucken irgendwie. Na, da kommt schon wieder Brolly. Energie. Ja, Energie. Ich bleib jetzt hier ein bisschen. Bisschen Kies sammeln. Na, da, 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 da. Alle totmachen, alle totmachen. Yeah. So, zack. Okay, der nächste ist tot. So, schon runter. Und es kommen immer weitere Gegner. Es kommen immer weitere Gegnerfreunde. Geht auch nicht. Gegnerfreunde, versteht ihr? Hm. Ja. Ach, ist das schön, wenn ich mir ein bisschen heilen kann. Zumindest ein bisschen. Ich muss, ich muss, man, ich weiß, ehrlich, was ich machen soll. Der Trivia auch nicht. Mann, so ein Scheiß. Ich habe auch keinen Bock, mich da in die Gefahr zu begeben und, äh, und da hinzufliegen, irgendwie, um da zu treffen. Ich denke mal, ihr versteht das total, was ich meine. So. Die Gegner kommen wieder. Du darfst nicht faulenzen. Oh, Mann, 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 alles, schießt mich ab. Aber das ist auch scheiße. Guck mal, wie viele Pflanzen... Na, wie viele Pflanzenmänner tummeln sich denn hier gerade rum, ne? Das stimmt tausend. Ah, fünf Pflanzenmänner. Es sind immerhin fünf Pflanzenmänner. Ist doch super. Fünf Pflanzenmänner und ein Brolly. Und ein Brokkoli. Ja, ich würde sagen, das sind echt gute Aussichten zum Verlieren. Oh, Mann. Attacke! Ja, ich krieg dich, ich krieg dich. Jetzt stirbt doch mal! Attacke! Da! Ja, immer schön hier. Alle anschlagen. Es gibt immer noch so viele Pflanzenmenschen. Bam! Wenn man schon in Sicherheit... Oh, dieser scheiß Stein. Gibt's doch nicht. Zack. Oh, Mann, Freunde, das ist gerade echt so ein bisschen Konzentrationsarbeit, ganz ehrlich. Ich muss auch dafür sagen, dass ich hier schön in Sicherheit bin. Oh, ja, geil. Attacke! Ja, ich muss doch nicht so viel brauchen, wie es eigentlich bringen sollte. Stopp! Warte, stirb doch mal, lass ich noch treffen! Das wird so mischt. Stopp! Okay, gut. So, wie geht der wird wahrscheinlich gleich sterben? Das ist nicht gut. Lalalala. Zack! Einfach tot den machen. Wie geht das tot? Jetzt nicht mehr. Zack! Zurück hab ich ganz gut volle Energie gerade so. Ah, nee, das ist ja Brolly. Scheiße. Brolly will ich noch nicht killen. Das wäre ein bisschen... Nein! Oh! Wow! Das wäre ein bisschen dumm von mir, wenn ich jetzt Brolly versuchen würde zu killen. Einfach weil er der totale Oberwichser ist. Der mich total schnell tot machen würde. Stirb! Ja! Ich glaube, ich habe gleich alle Pflanzmänner tot. Das ist nur noch der. Bam! Okay, nee, es gibt noch einen, aber... Das war es jetzt mit den Pflanzmännern. So, Brolly. Jetzt bin ich schon mal gut gerüstet. Ich habe noch... Zweimal können die noch sterben. Ist glaube ich noch die volle Anzahl, oder? Also eigentlich durfte keiner gestorben sein. Also so richtig gestorben sein. So. Jetzt geht es los gegen den fetten, bösen Brolly. Und ich habe ihn direkt perfekt erwischt. Das ist schon mal gut. Bam! Zack, zack, zack. Und wegklappen. Ja! Ja, genau. Mit Zongoku kann ich es eventuell wirklich schaffen, ihn, ja, ihn doch, ihm ganz schön zuzusetzen. Ja, sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Aber das war jetzt echt ein, ein ganz schönes, äh, Zeit, ja, Zeitspiel sozusagen. Im wahrsten Sinne des Wortes Zeitspiel, ja. Aber die Musik gerade, die ist so hoffnungsvoll, nach dem Motto, ey, Leute, wir können immer noch gewinnen. Ah, so viel zum, wir können immer noch gewinnen. Groß Brolly hat sich töten, lass dich töten. Ja, immerhin treffe ich, immerhin treffe ich ihn. Bam, zack. Ja, die Kombo, die muss treffen. Und dann kann ich den hier nämlich machen. Und jetzt müsste meine Kumpels noch mitspielen. Oh, verdammt. Ich darf mich nicht treffen lassen von so einem Scheiß, Alter. Au. Bam. Ja, es klappt. Wobei ich gleich tot bin. Nein. Brolly ist so böse. Oh, verdammt. Bitte irgendjemand wiederbeleben. Ja, danke. Au, au, au. Dieser Brolly, der ist so krass. Oh, was macht denn Son Goku? Ach, ich weiß, was er macht. Ich weiß, was Son Goku gerade gemacht hat. Belebt doch wenigstens einen wieder. Gut. Ich kann euch nichts machen. Der ist hart wie Stein. Ja, jetzt habe ich ihn. Bam. Los, Brolly. Stirb doch endlich mal. Stirb doch einfach. Stirb. Ja. Ah, Mann. Dieser Brolly, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Er ist tot, Freund. Er ist tot. Und ich kriege wahrscheinlich einen B-Rang oder so. Aber das ist mir sowas von egal. Also S und Z-Ränge nehme ich dann erst online in den Angriff. Das ist mir viel zu krank. Gib mir Energie. Okay, gib Energie. Wow. Ach, schön. Attacke. Wie schnell geht das? Voll krass. Tag, 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 tag. Ah. Alter. Von in auf einen anderen Moment von 2000 auf 3000 Ruf. Voll krass. So, nee. Also, ja. Ist ja schon mal gut. Haben wir Brolly besiegt. Endlich. Nach so langer Zeit. Und einen A-Rang. Aber das ist mir egal. Ich hab sogar eine neue Karte kriegt, ja. Und Super Saiyan Brolly freischalten. Und Ödnis bei Nacht. Und neue Objekte für die Premium-Sammlung. Toll. Toll. Hm. Moment. Nicht dein Ernst. Na. Haha. Ich muss das Ding auf S schaffen, um die Mission hier freizuschalten. Das ist doch nicht dein Ernst. Zu Kack. Spiel. Ne. Was hat ich... Ich hab keinen Bock mehr auf dein Spiel. Mach mich traurig. Ja. Oh Mann. Das gibt's nicht. Muss ich irgendwie versuchen, aufspearen irgendwann nochmal. Alter, das ist doch so krank, ey. Naja. Mission 51 versuche ich nochmal. Einfach dasselbe Team und dann... Ne. So. Wenn der Mission-Rang hoch genug ist, kannst du zusätzliche Karten bekommen. Ach so, ist das so. Hm. Cool. Manchmal gibt es viele tolle Karten in der Premium-Sammlung. Ich frag mich, was das soll. Bist du doof? Naja, warum frag ich überhaupt? Edles Saiyajin-Blut. Oh, schluckauf. Ganz komisch. Ja, ja, wie geht er lauern? Alter, ist das Spiel sowas von krank? Meine Fresse, verzeih, denn wie der Schank. Ich wette, guck mal, Vegeta kriegt echt schnell Schaden. Ich wette, da ist noch irgendwas... Da steckt in der Mission noch irgendwas dahinter. Nach dem Motto, äh... Vegeta würde auch immer zum Super-Zeit töten und macht mich tot, oder so, ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Oh, Nappa, ey, du bist so eine Pussy. Ich spreche da hier einfach rein in meinen Angriff gerade. Da, so. Ja, Vegeta habe ich gleich. Bam. Yeah. So, radet sich auch gar nicht mehr so gut aus. Ey, da muss irgendwas fieses hier in dem Kampf passieren. Die sind gerade im Moment noch so schwach. Und ich bin mir echt sicher, dass hier noch irgendwas Böses passiert. Weil 20 Minuten Zeit, da läuft irgendwas schief. Oder dass hier nacheinander alle Zaya-Gins kommen, oder so. Ne, keine Ahnung, irgendwas fieses kommt auf jeden Fall. Bam, 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 bam. Bäm. Pst, wieder aufsteht, ey. So, Nappa. Bam. Zack. Nappa, du musst sterben. Zack. So, das war's dann. So, das war's dann. Was kommt jetzt? Na klar. Das war so klar, dass sowas passiert. Vor allem Bardock als Super Saiyajin hier. Das ist doch voll fies. Den würde ich so gerne benutzen können, aber den gibt es natürlich nur per Code. Das ist so traurig. Ja, now I'm really bad, genau. Alter, Broly ist auch so ein Arsch, Alter, der ist so stark. Von Broly muss ich mir richtig in Acht nehmen. Alter, jetzt muss ich ja richtig, aber ich möchte die Super Kammer machen. Ja, auch immerhin habe ich Super Saiyajin schon zum Gokurat richtig schaden zugefügt. Ja. Nein. Schnell, schnell. Ja. Och, war das knapp. War das knapp, ey. Warum muss ich noch alles so knapp sein? Oh, Broly, ey, nein. Es sind fies, hier, rettet mich doch keiner. No, I'm really mad. Ja, es ist so klar, dass mich wieder keiner wiederbelebt. Wobei, Alter, die sind ja nur am Verrecken hier. Da ist jetzt scheiße, wie die sich hier... Die sterben hier wie die Kanickel, Alter. Oder wie sonst was, weil ich schnell sterben kann. Vor allem, guck mal. Keine Leben mehr. Keine Zusatzleben mehr. Das ist so scheiße. Nein, lass mich doch mal... Lass mich doch mal zu... Oh, verloren. Alter, jetzt hänge ich hier an diesem scheiß Berg fest. Mann, ey. Warum ist denn das alles so schwer? Na gut, Schwierigkeit, fünf, vier, scheiße hier. Mann, ich brauche online irgendwelche Leute. Aber Freunde, ich muss halt aufnehmen. Und online aufzunehmen ist scheiße, weil ich nie weiß, wann ich dann dran bin, um die Mission auszuwählen. Dann muss ich... Ich muss ja, weil das alles asynchron ist, muss ich mir immer einen Punkt suchen zum synchronisieren. Das dauert bestimmt nochmal 20 Sekunden oder 10 bis 20. Das geht so nicht. Aber ich muss online spielen, sonst habe ich keine Chance hier. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch alles scheiße. Mann. Ich versuche es nochmal. Ja. Lassen wir den Part, wie alle anderen Parts, doch wieder drei Stunden laufen. Ist ja nütz dabei. Sensorbohne und Affe. Ich will den Affen. So, Freunde, los. Hurra. Ich habe ja sowas von Bock auf die scheiß Mission. Ne, so langsam frustert es mich echt, weil ich nur noch am Verkacken bin. Und, und... Ja, das kommt sicherlich, dass ich keine Koop-Partner im Moment habe. Ist halt doof, dass in meiner Freundesliste vielleicht zwei, drei Leute das Spiel haben. Und, äh... Der, der das am häufigsten zockt, der hat keine Gold-Mitgliedschaft. Also kann ich mit ihm nicht zocken. Oder wenn, wenn jetzt wenigstens, äh, so wäre, dass die Super-Sigons direkt anfangen sollen, dass ich hier nicht tausend Stunden warten muss und nochmal durchkämpfen muss. Ist ja auch viel cooler. Naja, was soll man machen, was soll man machen? Zum Glück muss ich gerade jetzt einfach nur verkügeln. Aber, äh, die Super-Sigons, die waren schon böse. Und danach kommt schon, ja, Super-Sigons-Drei und so, ne. Wenn man 20 Minuten Zeit hat, das kann echt ein scheißnager Kamp sein. Baaam. Ah, wie geht er, du olle Sau? Da, so. Jetzt habe ich nochmal Nappa hier. Ah, vor Nappa habe ich auch keine, äh, keine Angst. Der kann doch nichts. Und was geht denn hier ab, der ist schon wieder hier. Das ist ja schrecklich. Badog ist auch mal da, ey. So. Und tschüss. So, jetzt geht's gleich los. Jetzt kommt die Super-Sigons. Ich habe jetzt schon Angst. So, zack, ein bisschen rumprügeln und dann Jagd machen. Ich muss nämlich irgendwie, ich muss jetzt irgendwie Kies sammeln und sowas. Ja genau, oder Genki sammeln. Genki beziehungsweise Kies sammeln. Ich muss mit meinen Super-Angriffen angreifen, aber anders habe ich keine Chance. Ähm. Das ist bloß ein Rohrbolli, Alter. Attacke! Ich habe ihn noch voll getroffen, ey. Wieso wurde das denn jetzt nischt? Ja, really mad. Und du bist really bad. Alter, alter, alter. Kann die nicht mehr mal zurückkloppen? Ja, ja, ja. Oh, ist das fies mal an dieser Scheiß von Goku. So, Sensu-Bohne. Stirb, Sangoku! Ha! Ja, Son Goku ist tot. Teleportation! Na klar. Ich dachte, ich werde jetzt genau zu ihm teleportiert. Und dann passiert so ein Scheiß. So, Goku war doch noch nicht tot, aber jetzt ist er eigentlich tot. Alter, das ist jetzt scheiße, wenn... Wenn man denkt, dass jemand tot ist und dann steht er auf einmal da und verkloppt einen. Das ist jetzt scheiße hier. So, Vegeta, den habe ich auch gleich. Ja, Vegeta muss sterben. Bam! Alles klar. Jetzt Brolli. Ich habe schon Angst auf die nächste Stufe. Da kommt bestimmt noch was. Bei 20 Minuten, ey. Ich muss alles erwarten. Au, au. Hm. Ich nehme... Leute, da ist gerade jemand an meiner Tür. Sekunde, Leute. Warte mal kurz. So, Freunde. Okay, jetzt habe ich einen kleinen Beraschungsbesuch. Das muss ich jetzt irgendwie so schneiden, irgendwie, dass es cool ist. Und dann muss ich jetzt noch schnell weiter kloppen. Oh, die Scheiße. So, ja. Mal gucken, wann die jetzt gleich hier rein trudeln. Der Kampf geht ja hoffentlich nicht mehr lange. Also, ihr kommt denn hier einfach rein, ja. Na, nee, dann müsst ihr, ihr könnt ruhig mitreden, aber... Oh, scheiße, jetzt werde ich wieder nicht wiederbelebt. Ja, das wird jetzt starten. Verdammt, 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 verdammt. So, Broly ist jetzt zum Glück tot. Jetzt kommt nur noch Bardock. Zack. So, ja, gleich habe ich sie geschafft. So, ist jetzt auch Schluss. Ne, jetzt geht es wahrscheinlich nochmal weiter, ne? Wollt auch nicht. Ach, Mission erfüllt, ist das schön. Hier, was tun wir hier? Ja, das fragt mich auch. Ja, Freunde, das ist Robin. Die meisten werden mich aber bestimmt kennen. Genau. Oh, jetzt auch schnell. Ah, Button Smashing, äh, B, Button Smashing. Ja, aber, oh, verdammt, jetzt ist ein erklärt, das Ding ist natürlich, weil dahinter, ist das fies. Oh, nerv. Ja, dann muss ich das jetzt so noch schnell irgendwie rausholen. Ach, so geht das, oh. Ja, so geht es nicht. Ich gucke nicht, ey. So geht es viel schneller. Warte, ich habe immer B hier drückt. Aber es war jetzt ein Fail. So. Ja, Sekunde noch, ja. Ganz. Ja. Entschuldigung, die Störung. Ne, ist schon okay. Immerhin habe ich das Ding jetzt abgeschlossen. Ja, das habe ich gerade beim ersten Mal verkackt. So. Ist das komplett du jetzt, oder was? Naja, ich, äh, ich zeige mal schnell Robin hier. Also, äh, die müssen, habe ich nur auf A, die muss ich auf S machen, um die freizuschalten. Boah, bist du schon weit, Alter, ja. Und, äh, die habe ich jetzt gerade freigeschalten und das muss ich dann noch machen. Und, ja. Cool. Ah, okay. Ja, so Leute, ich gucke mal, wie ich das jetzt hier geschnitten kriege und so, ne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Entschuldigung. Also, tschüss, Mann. Tschüss.